So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine kleine Infofolge für Pokémon GO. Eigentlich ist heute der Mega Raid Day, 14 bis 17 Uhr, da wird es später einen Livestream geben. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, es gibt neue News. Ich war ja nicht zu Hause, bin jetzt heimgekommen, will das kurz aufnehmen. Haltet während des mysteriöse Klinge-Events die Augen offen. Da ist auch ein Trailer dabei, den möchte ich euch einfach jetzt mal abspielen, dann wird das Video zwar wieder demonetarisiert, aber ich will ja, dass ihr den Trailer seht, also bitteschön. Tickets jetzt erhältlich steht da. Das ist nämlich auch schon das erste Problem. Äh, Caldea, heißt das so? Jetzt steht der Name nicht mehr da. Ist wieder mal an ein Ticket geknüpft, ein kostenpflichtiges Ticket, was ihr kaufen müsst, um dann eine Forschung zu kriegen oder was, für dieses Pokémon. Das ist ja wie Galapandimus damals. Galapandimus haben sie rausgebracht mit einer Forschung, mit einem Ticket. Die Leute haben es sich gekauft, haben das gemacht. Alle haben gesagt, mach ich nicht. Naientik, Halsabschneider. Und was ist passiert? Später gab es eine Forschung für alle, wo ihr zweimal Galapandimus rausbekommen habt, kostenlos. Das heißt, keiner muss das kaufen. Ihr werdet es sicherlich auch irgendwann mal so bekommen. Werdet ihr trotzdem kaufen, ja oder nein? Um was geht es überhaupt? Wir gucken uns das jetzt alles mal hier an. Trainer. Habt ihr in letzter Zeit den Klang von Hufen vorgenommen oder einen Schatten über dem Wasser gesehen, dann habt ihr vielleicht einen Blick auf das mysteriöse Pokémon Caldeo. Das Fohlen-Pokémon erhascht. Caldeo-Standardform erscheint bald im Rahmen einer Ticket-pflichtigen Spezialforschung in der Welt von Pokémon Go. Auch wenn ihr kein Ticket habt, könnt ihr während des Events anderen Kampf-Pokémon begegnen. Die Frage ist, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Caldeo, hab ich noch nie gehört. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ist ein Pferd. Ist das krass. Ich finde Zarude immer noch am beeindruckendsten von seiner Darbietung. Das entfesselte Hubbar. Finde ich auch mega krass und stark. Bei Meloetta habe ich schon gesehen, das kommt wirklich, glaube ich, am höchsten von allen, die wir bisher hatten. Aber ein echter Sammler nimmt natürlich alles mit. Es wird also dazu ab 6. Dezember ein Event geben. Denn Mysteriöse Klinge heißt das. Vom Dienstag, den 6. Dezember 10 Uhr bis Sonntag, den 11. Dezember 20 Uhr gibt es ein Event. Mysteriöse Klinge. Etwas Außergewöhnliches steht bevor. Was es alles gibt, seht ihr gleich. Aber die Forschung müsst ihr euch, wie gesagt, kaufen. Die exklusive Spezialforschung Etwas Außergewöhnliches ist am Wochenende für 7,99 Dollar oder den entsprechenden Betrag in eurer Währung erhältlich. Spark hat am Ufer ein verschwommenes Foto gemacht, aber was ist darauf zu sehen? Könnte es sich um ein Pokémon handeln, das wir noch nicht kennen? Arbeitet mit Professor Willow zusammen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Tickets für diese Spezialforschung, bei der Keldeo in der Standortform erscheint, können von Dienstag, den 6. Dezember 10 Uhr bis Sonntag, 11. Dezember erworben werden. Wenn ihr ein Ticket gekauft habt, könnt ihr während des Mysteriöse Klinge-Events an der Spezialforschung teilnehmen. Um die Forschung zu erhalten, müsst ihr Pokémon Go zwischen Samstag, den 10. Dezember und Sonntag, den 11. Dezember öffnen. Sobald ihr die Spezialforschung bekommen habt, könnt ihr sie jederzeit abschließen. Für mich als Creator ist es ja eigentlich sinnvoll, die Forschung sich sowieso zu holen, damit man die mal zeigen kann, welche Aufgaben es da gibt, welche Belohnungen es da gibt, die zu lösen, vielleicht in einem Video, damit die Leute, die sie sich nicht gekauft haben, trotzdem das miterleben können, was es da gibt und sehen, dass sie nichts verpasst haben. Außerdem gibt es folgende andere Belohnungen für die Spezialforschung. Kaldea-T-Shirt für euren Avatar, 14 Sonderbonbons, 12 silberne Sananabeeren, 2 Brutmaschinen, 2 Superbrutmaschinen, 2 Rauch, Begegnungen mit verschiedenen Kampf-Pokémon und Wasser-Pokémon und vieles mehr. Würde mich jetzt interessieren, was ist vieles mehr? Das T-Shirt sieht man vielleicht mal kurz an, dann gibt es wieder ein neues T-Shirt und dann ist es wieder weg. 14 Sonderbonbons, die werden ja aus den Raids auch hinterhergeworfen an sich. Ja, Brutmaschinen vielleicht, aber 2 ist halt auch nicht so. Mit viel mehr Items jetzt da drin, 10 Brutmaschinen, 10 normale, 10 Superbrüder. Hätten wahrscheinlich viel mehr Leute sich das Ticket geholt, so denke ich, dass die meisten sagen, nein, wir wollen da Yentic einfach kein Geld mehr in den Po schieben. Ja, hauptsächlich Kampf, aber auch hier Wasser und Tane ist weder Wasser noch Kampf, ist aber auch dabei. Wer noch ein Shiny sucht, von Caboera vielleicht, ist noch mit eines der seltensten hier auf dem Zettel. Nutzt das, ist cool, ansonsten Tane-Bomboms sammeln, farmen, ist auch immer eine Option. Metagross, richtig starkes Pokémon, auch wenn ihr ein Krypto habt, unbedingt entwickeln, unbedingt hochziehen, egal wie die IVs sind, ein Krypto-Metagross braucht jeder unbedingt auf der Hand. Mit Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen, genau alle Pokémon, die hier gezeigt werden, sind auch Shiny verfügbar. Denkt dran, dass ihr auch Freunden ein Ticket schenken könnt, das wissen wir ja. Das ist ja in letzter Zeit so, das geht ja mit fast allen jetzt mittlerweile, dass einer das kauft und dann gleich noch für zehn andere auch kauft und man sich beschenken kann. Aber ist ja eh Nikolaustag, könnte man ja einem anderen eine Nikolausfreude machen. Allgemein aber, das alles, was hier rot ist, gehört nämlich zum Ticket, aber insgesamt das Event, was am Dienstag losgeht, bietet auch für die Leute ohne Ticket ein neues Pokémon, nämlich das Boxkampf-Pokémon-Krabbox erscheint zum ersten Mal im Pokémon Go. Männlich, weiblich, Hunderter, alles muss her, der Dex muss aktualisiert werden, vielleicht sammelt wieder jemand ein paar Krabbox, dann kann man wieder tauschen, bis das Lucky wird. Wilde Pokémon, was gibt's denn generell im Event? Mankey, Macholo, Kickli, Nocchan, Capoeira. Also fast dasselbe, was es oben gibt, was aus dem Rauch auch kommen kann. Spawn sowieso auch wild. Dann Jungglut, Maguhida, Mediti, Panpyro, mit etwas Glück auch Quabbo und Krabbox. Das heißt, mit etwas Glück nur Krabbox ist wohl nicht ganz so häufig da. Joa, ansonsten, alles, was shiny sein kann hier dabei, außer die Entwicklungen, Panpyro, Jungglut, Quabbo und außer das neue Pokémon Krabbox. Also ihr bräuchtet jetzt für den Shiny-Hunt nicht unbedingt ein Ticket. Ihr habt ja die Encounter auch so hier drinnen. Raids, was wird's für Raids geben? Die meisten sind ja gerade auf Viridium-Suche, so wie ich. Ich möchte das 100er, aber im Event, es läuft ja gerade kein Event. Im Event gibt's dann Stufe 1 Raids, Mediti, Barmelin, Praktibalk, Schallquab. Am seltensten wohl Shiny Praktibalk aus einem einer Raid, aber ob man da jetzt noch raiden sollte, wo wir gesehen haben, dass selbst Chinox einen Community Day bekommen hat, gehe ich also von aus, dass auch Klick, was es ja nur im Raid oder aus Eiern mal gab, obwohl auch irgendwann sein C-Day bekommt. Und Praktibalk wird wahrscheinlich dasselbe. Schicksale einen, irgendwann hat er den C-Day und die Leute, die jetzt 500 Raids machen, damit sie einen Shiny kriegen, sind dann wieder sauer. Also wäre für mich jetzt nichts Spektakuläres dabei. Dreier Raids. Quabo, Aerodactyl, Panzer Aeron, Kapilz. Vielleicht für Mega Aerodactyl noch ein gutes Sich-Holen oder noch ein Shiny, wenn man noch keins hat. Quabo immer gut in der GBL auch, Panzer Aeron, GBL, aber andere Liga. Für mich jetzt da aber auch nichts Besonderes dabei. Raid-Kämpfe Stufe 5. Anfang der Woche ist immer noch Viridium drin, wo ich momentan das 100er suche und auf eure Einladungen immer hoffe. Und dann wechselt es, ich glaube ab Donnerstag wechselt der Raid-Boss dann, glaube ich, wieder auf Terrakium. Terrakium auf jeden Fall der nützlichere von den beiden. Terrakium ist viel besser als Viridium. Aber Terrakium habe ich meinen 100er auf 50, brauche ich nicht mehr, ich brauche Viridium. Ihr könnt euch aber auf Terrakium dann freuen. Würde ich auch empfehlen, von allem was hier steht, ist Terrakium der beste Encounter, um seinen Pass dran zu verschwenden. Mega Raids, Mega Stolos. Wer es noch gar nicht entwickelt hat, einen mal machen, damit ihr es entwickeln könnt. Ansonsten ist das auch erst da gewesen, jetzt auch nicht so wichtig. Exklusive Attacken, Terrakium, Viridium, Keldeo. Terrakium, die Donnerstag vom 8. Dezember bis 15. gefangen werden, beherrschen. Die folgende besondere Attacke, und dann steht es erst ganz unten. Viridium vom 1. bis zum 8. und Keldeo während der Spezialforschung. Alle von den dreien werden Sangdo Klinge beherrschen. Macht 60 Schaden bei Trainerkämpfen, 55 Schaden bei Raids und Arena Kämpfen. Also Sangdo Klinge, auf jeden Fall auch interessant, ist ja glaube ich das, wodurch Terrakium jetzt zum besten Kampfangreifer mutiert ist. Pokémon bei Feldforschungen. Es gibt natürlich auch Feldforschungen, auch wieder Kikli, Nocchan, Capoeira, dasselbe wie oben aus dem Rauch oder Wild. Plus jetzt auch Galaporenta. Wer da noch kein Shiny hat, musste man damals glaube ich auch raiden. Jetzt gibt es es in den Forschungen und irgendwie, ja. Sammler-Herausforderung, eine Sammler-Herausforderung läuft während des Events. Meistert diese, um eine Sofort-TM und eine Lade-TM zu erhalten. Also nichts Großes hier. Ansonsten, weiß ich nicht, Feldforschungen brauche ich eigentlich nicht. Raids werde ich weiter mich um Viridium kümmern. Und Raidmania dann mit Terrakium trotzdem machen, ansonsten nur den täglichen Pass. Ansonsten bei den Raids ist für mich gar nichts dabei. Ich freue mich auf das neue Pokémon, da ein paar Bonbons zu sammeln, das dann auch mal zu entwickeln. Vielleicht 1 auf 50 zu maxen. Was ganz Neues, bitte immer mit offenen Armen empfangen. Was sind eure Highlights? Auf was freut ihr euch im Event? Und werdet ihr euch ein Ticket holen? Ja, nein, vielleicht. Was ist mit Caldeo? Ist das fett? Ist das groß? Ist das stark? Schreibt es mal rein. Ich kenne es nicht, aber bisher, ja, waren die Mysteriösen eigentlich immer irgendwie ganz gut, sage ich mal. Das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, beziehungsweise bis 14 Uhr zum Raid Day. Ciao. Hallo, Pupsi. Och Mann, das war doch kein... Okay. Ja, Pupsi schreit mich schon wieder an, ich muss ausmachen. Guck, Hilfe.